Ich habe heute meine erste Sitzung auf der Klang liegen gehabt. Ich habe ein sehr angenehmes, entspannendes Gefühl gefunden. Die Töne fangen richtig durch und bündeln sich dann an den Stellen, wo man ganz erstaunt ist. Es berührt und geht dann weiter. Und im Winter. Was haben wir denn gemacht? Wie meinst du, wie haben wir gemacht? Wir haben eine Stimmgabel. Ach so, du gehst noch weiter, ja. Nachher haben wir mit den Stimmgabeln angenehme Töne herausgefunden, weil ich da für ein sehr angenehmes Töne und die Resten auf die Seite geladen konnte. Nachher haben wir die Stimmgabel genommen, die für mich bestimmt ist und haben die ganze Töne getastet. Was haben wir denn? Die blockiert worden. Mit der Fibration, mit dem Herz. Das war dann wieder beim Kehren ganz ein ganz anderer Punkt gewesen. Also die sind weg gewesen. Und das legen auf den Klang legen mit den Tönen. Das ist ganz anders. Wie beim ersten Mal, wo man auch nicht legt ist.